so herzlich willkommen meine freundin zu full ap challenge das video auf das ich für euch zwei wochen gebraucht habe weil ich fünf gameplays aufnehmen muss hier habe ich den zettel mit den gameplays hier sieht man die ganzen gameplays sind jetzt fokussed thaliax brand und die haken durch nicht alle gewonnen auf die haken bedeuten dass ich alle gespielt habe bis jetzt und meine freundin wenn euch das video gefällt dann könnt ihr bitte in die kommentare schreiben ob ich das noch einmal machen soll beziehungsweise eine ligifikation geben wäre ganz schön und toller ausgleich und damit los ich schneid jetzt alle gameplays rein das video ist ein bisschen länger weil ich jetzt fünf gameplays untereinander schneide zum beispiel das thalia gameplay wird nicht so lange gehen es gibt dann gameplays ne einige gameplays sind so und einige sind so ein erst geht nach ich habe mich dazu entschieden alle nacheinander einzuschneiden weil wie gesagt einige bieten halt nicht einfach nicht genug länge dafür um ganz gameplay zu sein deswegen ist es die beste möglichkeit so das erste video ist thalia weg schön easy weißt du so muss das full ap gameplay anfangen mit einem schönen kill weil die träne ist halt ein scheiß item es ist einfach so alter junge eh das ist so unfair dieser scheiß champion easy das war schön ach da kommt die noch an und ich habe wieder doppel ehrlich gemacht und zieht der wieder dort hat man es doch schon gesehen weiter weiter es kann nicht wahr sein es ist einfach ein feed das scheiß game man ein doch Okay, try hard, feed, back. Nächsten Teil der Gameplay sollt ihr gesehen haben, das war ja noch einigen kleine Highlights des Teil der Gameplays. Das war so ein kleines Feedgame, ne? Und damit ist das nächste Gameplay, show off. Und, komm, 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 komm. Weg! Jawoll! Und, flech! Den hab ich noch. Den hab ich noch! Das hat sich für den gar nicht gelohnt. Wieso sehen die, wieso haben die hier denn schon wieder Wischen? Weg mit dem Sohn! Das stört ja nicht noch, ey, das kotzt mich so an, man hat. Und, feed! 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 Und, feed! Und, jetzt kommt klein Feed. Feed! Fiiiit! Schöner Fiiiit! Fiiiit! Doch nicht. Fiiiit! Hahaha! Oh, Schau, wir sind ein schöner Schämpfchen, der ist richtig schön komplex! Ich hab fast ein starb des Erraben! Ich hab ihn fast! Fiiiit! 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 Arsch! Was will denn der schon wieder? Wahrscheinlich will er auch mal ein paar visuelle Hilfen haben. Ende meiner visuellen Hilfen ist die Schadenskapazität meiner Oldie. Weg! Schön! Schon wieder so'n Haufen Gold. Easy gewonn! Erstes Full-AP-Gameplay. Also, was ihr jetzt so richtig seht, gewonnen. Ich mein, Showcraft ist ja schon ein sehr einfacher Champion. Deswegen war das Hitze keine Härteres zu gewinnen. Showcraft ist einfach so... Fiiiit! Er... Fiiiit! Hast'n Kill? Er... Fiiiit! Und dann bist du dann auch fertig. Der nächste Champion, der Nariah ist... Ist... Xerath. Wieso hat denn das jetzt bitte getroffen, du Sohn? Hör auf zu ulten! Was war denn das? Hä? Ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha. Ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha Jawoll, ei, 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 jawoll, der nächste Kill. Ich mache hier alle fertig, 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 fertig. Ich bin der Master of SGL, SGL, Wondrigpony, zack, weg. Jetzt bist du gleich tot, du Sohn. Weg. Jetzt bin ich gleich tot, du Sohn. Und dann. Nein. You voted, yes. Danke, League of Legends, danke. 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 Dafür, dass ich das erste Mark sehr abgespielt habe, war das Game relativ gut, obwohl wir verloren haben. Ich meine, ich war ja der 1. Gefeated aus unserem Team, deswegen. Na, es ist halt nicht so gut verlaufen. Aber es wird spannend, 1 gewonnen, 2 verloren bis jetzt. Mal sehen, wie es wird. Der nächste Champion der Liste, der ist Brand, 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 Brand. Oh nein. Sohn. Oh. Der hat keinen Kill gekriegt, der hat keinen Kill gekriegt. Easy. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Jawoll, die, boll, die, boll, die. Hm, genau. Wieder ich natürlich. Ganz logisch. Dort. Dort. Ich krieg keinen Kill. Krieg ich nicht. Nee. Das Game ist Kill los. Kill los. Und das. Keinen Kill. Logisch. Logisch. Ja, schönes Game. Schönes Game. Wuhu. Ich freue mich so. Wuhu. Geh mir nicht in Zwecks. Ich halte mich von dem Vision. Ja, genau deswegen. Genau deswegen. Como descapado. Ja, como dore. Scheiße, vier Mann, vier Mann, vier Mann. Oh, oh. Oh, jetzt bin ich noch reingelauscht. Ich horche. Habe ich den, hä, habe ich den den nicht gehabt? Die habe ich gehabt. Kommt, nee, verschwinde. Was war denn das gerade für eine Situation? Die waren ja richtig dämlich, die Gegner. Setten, die Sieger und sovierter irgendwie und Ende haben sie direkt rausgebürstet. Und dann haben wir die zu zweit noch durch meine Oldie und den Arsch besiegt. Lol. Und geschafft. Gewonnen. Gewonnen. Victory. Victory. Na, in dem gameplay habe ich mich. Das ist genau das, was ich im Ankündigungsvideo weiter. Man darf sich einfach carry'n lassen, ne? Man darf sich carry'n lassen. Und carry'n lassen ist keine Strafe, weil ich mich immer voll ab. Ich bin bestreilt. Und der letzte Champion ist damit Swain. Swain, Swain. Na, früher habe ich nicht oft Topling gespielt. Mal sehen, wie er noch mit Lane ist. Komm. Komm. Sei unfair. Ach, so unfair. Das war nicht unfair genug. Das ist halt der Bad-Demon-Brun. Auf welchem Champion baut man denn die Träne überhaupt? Wenn ihr es wisst, schreibt einfach mal in die Kommentare, auf welchem Champion baut man denn die Träne-Series? Deswegen wird hier jetzt, ja gut, Rise würde mir jetzt auch anheben einfallen, aber sonst, Rise kann man sie bauen, muss aber nicht unbedingt. Bestimmt wieder die dämliche Drecksbarriere. Mach doch mal ne... Hä? Ich hab so oft Quo gedrückt. Es ist einfach unfair. Jetzt fängt schon wieder Feed an. Fängt schon wieder der Feed an. Jetzt kauf doch mal nen Wortmann und scroll nicht immer weiter. Nun, jetzt fängt das wieder an. Oh. Oh. Ja, schön. Da hat sie mich rangezogen. Das war ja Verhängnis. So, jetzt wird die nämlich mal abgefeedet. Es ist ein Hanging Man. Halleluja. Und weg. Genau. Klau. 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 Steal. Wenn jetzt hier alle Apps Q'd werden, dann brauchen wir den Baron nicht zu machen. Easy Baron. Das könnte unsere Gewinnchance sein. Das könnte sie sein. Haben wir sie? Haben wir sie? Ja. Ja. Easy. Ah, ey. Gewonnen, gewonnen, gewonnen. Full AP Challenge. Demacia. Oh, weg. Schön gewonnen. Schön gewonnen. Easy. Ach, vier tot. So. Und easy peasy lemon squeezy maezy. Und damit ist es offiziell. Ich habe das Full AP Gambley gewonnen, was man hier sehen kann. Das kann man bestimmt nicht so gut lesen. Die Nullen bedeuten jeweils verloren, die Ernst und gewonnen. Und ich muss die Bestrafung nicht machen. Ich verrate, was die Bestrafung ist. Pass auf. Als Bestrafung hätte ich mir einzukönnen. Als Bestrafung hätte ich mir einzukönnen. Aber damit, was ich gewonnen habe, hole ich mir keinen Scannen. Ein schönes Globinat. Ne, ich kann da schon viele Geschichten davon erzählen. So, wer euch gefallen hat, wisst ihr. Schöner Like oder Commentary wäre schon nicht so schlecht. Ja, das ist jetzt ein bisschen lang geworden. Das Video war so. Einige Gameplays in Italien und so sind halt nicht so lang geworden. Einfach. Irgendwann. Was sollte ich da jetzt so großartig zusammenbeschneiden? War eh noch Feed meistens. Ja gut, naja, ein Feed-Game war es eigentlich nur bei Talia. Die anderen, obwohl ich besser verloren habe, war kein Feed-Game. Prunt habe ich halt am Rand, habe ich jetzt am Anfang gefeatet. Aber so gesehen, fand ich es ganz unterhaltsam. Der Mr. Michael P. Vielleicht sieht er das Video, was ich nicht glaube. Aber wenn der Mr. Michael P. das Video sieht, dann... Weiß ich nicht. Dann könnt ihr mal versuchen, den Mr. Michael P. bei Twitter anzuschreiben. Hashtag FullRPChange, Hashtaggedrendelt, ade. Aber ich denke nicht, dass er darauf antworten wird. Na gut, dann bis zum nächsten Mal. Euer Getrausel-Tage.